Langsam stirbt auch beim letzten Nürnberger Fan der Glaube an den Klassenerhalt. 0 zu 2 gegen Hannover, erneut eine schwache Leistung der Mannschaft. Und erneut frustrierte Zuschauer, die den Abstieg immer konkreter kommen sehen. Von der Klubführung hört man derweil nur noch Durchhalteparolen. Wir sind zutiefst betrübt und auch ärgerlich über uns selbst. Aber es gilt jetzt wieder nach vorne zu schauen, auch wenn es wieder abgedroschene Sprüche sind. Und einer sagt, ja, jetzt kommen wieder die Leier. Es ist einfach immer so. Was soll ich sagen? Wir wollen, wir müssen und wir werden. Abgedroschene Sprüche hatte man von Prinzen schon vor dem Spiel gehört. Rasen und Stadion in Nürnberg würden brennen. Aber weder Mannschaft noch Fans erfüllten seine Prophezeiung. Stattdessen ließen sich die Spieler vom frühen Rückstand weiter verunsichern. Und von den Pfiffen. Dass du nach vier Minuten ein Gegentor bekommst, dass die Mannschaft wieder braucht, um sich zu finden. Dass sie niedergeschlagen ist. Das Gefühl hat man von draußen nicht mitbekommen, dass sie uns da hätten diesen Fehler verziehen. Das haben sie nicht. Und wir haben gleich draufgeschlagen. Der Trainer sucht nach Ausreden. Der Sportdirektor gerät in die Schusslinie. Weil der Rauswurf von Gertjan Verbeek bisher keinen Erfolg gebracht hat, muss er sich den Fans gegenüber immer mehr verteidigen. Und wirkt dabei ebenfalls ideenlos. Es geht um den Verbleib in der ersten Bundesliga für den 1. FC Nürnberg. Es geht um die Weiterentwicklung in der 1. Schrägstrich 2. Bundesliga für den Verein. Und dann muss der Verein letztendlich die richtige Entscheidung treffen, was für den Verein das Beste ist. Und da geht es nicht um einzelne Personen. Gegen Schalke braucht Nürnberg unbedingt drei Punkte, um den Abstieg zu vermeiden. Sehr unwahrscheinlich, dass das gelingt. Daran ändern auch die Kampfansagen nichts. Danke. 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 Danke.